W-w-w-was geht ab meine Freunde zu einer weiteren Folge Minecraft Novos. Wie geht's? In der letzten Folge sind wir schon ein bisschen näher gekommen an unser ME-System. So. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob die Folge schon fertig hochgeladen ist. Ist ja auch egal. Daran musste ich gerade denken. Nein, ich habe auch gar nicht geguckt. Mann, wie dieses Ding hier funktioniert. Crystal Growth Accelerator. Ich frage einfach gleich mal. Warte, ich kann es ja erstmal selbst probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann frage ich. Und zwar, passt auf, dann können wir auch mal die Turtle anschmeißen. Dann können wir auch mal die Turtle anschmeißen. Kleine Lavasee. Wie geht's? So. Schöner Lavendelwald lebt. So. Bämsen, Bämsen, Bämsen. Das ist immer so ein Eck, hier hochzukommen. Unglaublich. Und dann falle ich immer runter. Da lebt er. Da lebt unsere Turtle. Ähm, Quarry 20, 20, 30. Du müsstest noch Fuel haben, du kleiner Unverschämter. Ansonsten, lebt. Sehr gut. Bau schneller und weiter ab. Ich freue mich schon, wenn der hier diesen Mutterstamm wegmacht. Schaut mal, neue Herausforderungen. Alter. Ah, unser Grundstück sieht so fucked aus, ne. Das ist unglaublich. So. Was ich mir jetzt erstmal mache ist Wir haben ja viel Holz. Das wisst ihr alle, ja. So. Ei, kein Platz mehr. Zäune funktionieren noch so, das ist sehr, sehr gut. Jetzt machen wir uns nämlich mega viele Zäune. Es kommt eh gleich ein Creeper. Alter. Huhn. Ich lebe auch ein bisschen unsicher, aber auch. Das sieht man, ne. So, wir haben zwei 64er Stacks. Ich werde jetzt Zombie, ich akzeptiere dich nicht mehr in meinen Reihen. Deswegen werde ich jetzt hier alles ausschmücken. Ich werde das später guckt genau wegen sowas. Ah, Mann. Jetzt macht er noch meinen Zaun kaputt. Wir müssen schnell sein, Leute. Ich muss auch mein Handy mal auf stumm machen. So. Leute, wir müssen auf jedensten unser Grundstück zumachen, diese Creeper, ne. Ich raste aus. 64 werden aber niemals reichen. Die zwei 64er Stacks, die wir da hatten. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir noch so übelst viel Holz haben. Womit wir uns noch... Guck mal, der Creeper, ne. Dich akzeptiere ich nicht mehr in meinen Reihen. So. So, dann müssen wir natürlich... Guck mal, da ist schon einer, ne. Da ist schon einer. Da ist schon. Da ist sogar der zweite. Alter. Alter. Pass auf, jetzt Skelett. Nice, auf jeden Fall. Danke für die Grundstücksverschönerung. Auf jeden Fall. So, das war's mit dem Zaun. Wir haben jetzt keinen mehr. So schnell kann alles kaputt gehen. So. Wir müssen neun machen. Wir haben aber genug Holz. Wisst ihr ja schon. Zack. Zack. Mann. So, Moment. Hier Federn kann man wegtun. Zack. Hier das. Eimer. So. Bei. Wie viel Zaun kriegen wir jetzt hier raus? Schaufel genug. Schaufel genug. So, jetzt haben wir... Das sollte auf jeden Fall reichen, denke ich. Wenn nicht, dann Trauer der Natur. Wir müssen auch Dingens. Auf jeden Fall unsere Workbench verschieben. Ansonsten kommen die noch hier rein. Also, sonst kommen die noch zu uns in die Nähe vom Zaun. Und weil wir dann an der Workbench stehen, geht alles kaputt. Das muss weg. Das muss weg. So, hier. Bamsen, 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 Bamsen. Das müssen wir auch abtragen, sonst kommen die hier drauf. Das wollen wir ja natürlich nicht. Das wollen wir ja vermeiden. Dass die hier reinkommen, die kleinen Farcour. So, Bam. So, so kommen Menschen raus, aber nicht rein. Das ist gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Zaun. Jetzt müssen wir gucken, was Fackel-Technik angeht. Ich mache auch gerade extra hier vieles auf dem Grundstück, damit die Turtle oben auch vorankommt. Fooden wir ein bisschen mal. Fooderino. So, ähm. Guck mal, ein ME-Terminal haben wir schon mal. So, das heißt, wir können das, glaube ich, auf jeden Fall schon bedienen, wenn wir einen Speicher-Chip hätten. Ich frage mich gerade nur, wo platzieren wir das hin? Wisst ihr, was ich meine? Wo platzieren wir den ganzen Spaß hin? Ich muss mir auch noch ein Programm schreiben, was mir automatisch Holz fand. Also von Turtle her. Da muss ich mir auch noch was Schönes schreiben. So, dann machen wir das noch kaputt. So, dann machen wir uns mal hier ein bisschen Platz. Zaplings davon haben wir schon wieder drei. Das ist gut. Wir haben ja ansonsten eh noch da hinten, ähm, einen ganzen Wald davon. Ach, da stehen noch welche. Dies wusste ich nicht. Ich würde aber eh sagen, dass hier das Haus... Also das... Der Rücken vom Haus soll auf jeden Fall in die Richtung gehen. Damit so nach hier hin die Öffnung ist, so Richtung Zander, Tenorz und allem. Na, die komischen Zombie. Guck mal, da haben wir noch vergessen. Und da ist die Axt kaputt. Desbavne, desbavne. So, optimal. Ich hab schon gedacht, das ist von Rias. So, da tun wir das natürlich rein. Ähm, bü. Und das... Wir müssten ja eigentlich sehen, wenn unsere Turtle hier unten rauskommt, oder? Das Lagersystem. Ich glaube, ich platziere das hier hinten hin. Das ist keine schlechte Idee. Für den Anfang. Da kann ich das ja auch mal erstmal begradigen, schön. Ich muss ja alles weg, auf jeden Fall. Dann können wir auch unsere Workbenches da in die Richtung platzieren. Das sagt die Zeit. Wir haben noch Zeit. Zehn Minuten noch. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Bam-Sinn, Bam-Sinn, Bam-Bam-Bam, Bam-Bam, 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 Bam-Bam. Kein Spaß. Sieht bestimmt verrückt aus. Bestimmt. So, wir haben auch noch Food Arena-Technik. Guck mal, Weizen und so. Läuft bei uns. Das ist ja nicht hier so wie bei Live in the Woods. Hör mir auf, wo man einfach immer weiter jede 5 Minuten essen muss. Minimum jede 5 Minuten. So. Komm, betreiben wir hier auch mal keinen Fusch am Bau. Machen das ehrlich zu. So. Controller. Du kommst hier hin. Die müssen auch noch auf jeden Fall weg. Und dann kommt das nämlich... Connection ein bisschen. Ich mach das mal jetzt ganz provisorisch. So. Da ist unser Terminal, wo wir die Sachen rausholen können. Und hier drin werden die gespeichert. Wenn wir einen Chip haben. So. Wir brauchen noch Energie. Darf man nicht vergessen. Ich frag mich grad. Kann man die einfach so abbauen? Kann man. Den hier bestimmt auch. Sonst wären die... Ah, wir haben hier Skystone-Block. Stimmt. Sonst wären die nämlich auch nicht bei der Explosion erhalten geblieben. Jetzt kann man nämlich hier den Generator hinsetzen. Hier den Electric Furnace auf jeden Fall. Jetzt geben wir dem ganzen Spaß ein bisschen Kohle. Und unser süßes kleines System läuft. Zwar nicht optimal. Denn wir bräuchten eine permanente Stromquelle. Das wäre besser. Aber es löft. Ah, ich hab schon eine Idee, wie wir es machen könnten. Wir könnten hier so die Dörtel hinsetzen. Hier immer einen Baum. Dörtel baut Baum ab. Tut Kohle hier rein. Äh, die Holz hier rein. Das wird dann zu Kohle. Läuft auf jeden Fall dann. So, das System ist voll. Ich baller hier nochmal ein bisschen was rein. Wisst ihr, was ich jetzt auch mache? Ohne Witz. Ohne Witz! Warte, erstmal nochmal kurz abchecken. Ähm, ein KME-Storage-Place. Das sollte erstmal reichen. Okay. Wisst ihr Bescheid, was wir zu tun haben? Ähm. Wir werden, wir haben ja... Ah, wir können mal nach unserer Turtle gucken, ob die noch lebt. Dann machen wir nämlich hier... Bamsen, mach uns... Warte mal, kommt da Rubber raus oder Holzkohle? Sehr gut. Das können wir nämlich nutzen für Energie. Ich bin mal gespannt, wie unsere Turtle lebt. Und wo sie lebt. Da bin ich echt mal gespannt, weil... Sie hat noch circa sieben Minuten zu leben. Sieben Minuten ungefähr noch. So. Ich höre nix. Bestimmt keine Energie mehr gehabt. Ah doch, sie lebt noch. Nicer, nicer. Ich hätte das Programm noch umschreiben sollen. Und zwar, dass er nach jedem Layer... ...mal Refuel machen soll. Aber im Prinzip müsste der noch genug haben. Ja, danke. Paar der ist aber... Das muss man sagen, große Flächen dauern leider echt sehr lange bei der Turtle. Also bei dem System, was ich da verfolge. Das dauert leider echt sehr lange. Ich werde sterben. Oder auch nicht. Glück gehabt. So. Ich muss jetzt mal... ... mir auf jeden Fall nochmal eine Axt machen. Aus Saphir. Oh nein. Ich glaube, ich habe meinen Saphir verloren. Durch den... ...Creeper, der unser Lagersystem attackiert hat. Ja. Leider. Schade. Das ist echt traurig. Ah. Das ist echt schade. Also es war jetzt... ... nicht ultra selten, ne. Aber es war halt nice. Es war halt nice to haben. Es war... Da ist noch Quarz. Freut mich. Da ist noch mehr. Nice. Den Ohren. Mann, immer so wenig. Ich weiß so, damals habe ich immer gedacht, wozu und wer? Okay, ist aber zwei rausgekommen. Das ist nice. 20. Uah. Damit hätten wir... Ah, ich habe doch gar keinen Macerator mehr. Oder Crusher. Ich wollte mir das jetzt nämlich nehmen für... ...Quarzkristall. Für Quarz-Kristall. Wow. Äh, Glas meine ich. Ich guck mal, ob wir hier unten noch irgendwo... Was? Guck mal, den. Ob wir hier irgendwo Quarz... ...vergessen haben. Von vorherigen Touren. Sieht bis jetzt nicht so aus. Sie... Das sieht nach... ...einer Aktivität... ...vom mich aus. Ich glaube nämlich, das ist sein Grundstück. Hat der irgendwo Quarz? Quarz. Quarz. Irgendwo Quarz. Quarz. Elektronite. Osmium. Irgendwo Quarz. 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 Was ist das denn? Ah, guck mal, Silikon. Und wo komme ich denn jetzt? Guck mal, ich habe mal Gold. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Kann man immer hier brauchen. Silver. Lithium. Von da komme ich. So. Da, guck mal, da oben. Beinahe übersehen. Vier haben wir. Vier. Richtig viel. Auf jeden Fall. Was braucht man eigentlich nochmal für eine Quarry? Weil ich meine, so teuer wären die jetzt nicht gewesen. Nichts ändert Quarry, ich will eine normale Quarry haben. Gibt es hier keinen normalen Quarrys mehr oder was? Alter. Alter. Hammerhart, Alter. Unglaublich. Aber ich glaube, so eine Ender Quarry ist mega nice, glaube ich. Da ist er auf jeden Fall ausgesorgt für die nächsten sieben Tage. Da haben wir noch Quartz. Da haben wir zweimal Quartz. Chillig. Hier haben wir Dunkelheit. Genau, Grundstück ausleuchten. Das dürfen wir nicht vergessen. Sonst hängen wir beim nächsten Start auf jeden Fall. Blöd da. Und dann tötet uns etwas oder jemand. So. Hä? Als ob es keine normale Quarry gibt. Wart mal. Ist das der hier oder was? Hier, Frame. Das ist ja vom Dingens. Von der Quarry. Aber wie heißt der Spaß denn hier? Keine Ahnung. Vielleicht ist das hier ein bisschen anders in dem Modpack. Bisschen erschwert das wahrscheinlich. Eine Spinne ist hier bestimmt drin, ne? Okay, nicht nur eine, auch ein bisschen mehr. So. Habe ich den Fackeln hier am Start? 50. Damit kann man arbeiten. So. Bämsen. Alles schön ausleuchten. Alles schön ausleuchten. Dann haben wir nämlich hier keine Probleme mehr mit Creeperle. Vor allem hier. So. So. Was meint, wie weit ist Dörtel? Dörtel 1. Ehe nicht weit. Boah, dieser Baum, ne? Ich erinnere mich noch, als ich den platziert habe. Größter Fehler ever. So. Guck mal, hier ist noch Darkness. Hier ist noch Darkness. Hier ist noch Darkness. Hier ist auf jeden Fall überall Darkness, aber jetzt müsste sie weg sein. Keine Energie mehr. Und der Generator auch nicht. Oh, fuck. Leute, wir sind schon über der Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.